Herzlich willkommen in der Raumfabrik. Sie möchten Ihr Haus renovieren und wissen, wie das am besten geht? Das eigentliche Problem, was Sie normalerweise haben, ist, dass Sie verschiedene Gewerke miteinander koordinieren müssen und das kostet im Regelfall Zeit und jede Menge Nerven. Und wenn einmal tatsächlich etwas schief läuft, können Sie sich sicher sein, niemand ist es gewesen. Wäre es da also nicht ideal, wenn es einen Anbieter geben würde, der Ihnen eine Komplettlösung, nicht nur in handwerklicher Hinsicht, sondern auch einschließlich einer gesamten Planung anbieten würde. Und genau das machen wir. Sie möchten wissen, was uns sonst noch von anderen unterscheidet? Ich nenne Ihnen die drei wichtigsten Punkte. Erstens, Sie erhalten bei uns eine handwerkliche Leistung als Paket, einschließlich einer kreativen Planung, sprich einer Planung aus Architektur, Innenarchitektur und technischer Gebäudeplanung. Zweitens, wir renovieren für Sie in kürzester Zeit mit dem eingespielten Team an Handwerkern hier aus der Region, die alle zu den Besten ihres Faches gehören. Und so konnten wir beispielsweise in den vergangenen mehr als 500 Projekten typische Bauzeiten um mehr als 40 Prozent reduzieren. Der dritte Punkt ist, wir sind auch nach der Renovierung für Sie da. Das heißt, mit unserem innovativen Servicekonzept erhalten Sie auch eine Betreuung für Ihr Haus nach einer abgeschlossenen Renovierung. Wenn Sie möchten, auch mit einer Gewährleistungsverlängerung auf bis zu zehn Jahre. Jetzt könnte man meinen, hey, eine derartige Leistung ist unglaublich teuer. Genau das Gegenteil ist der Fall. Denn warum sollte es teurer sein, wenn wir viel zielorientierter und viel effizienter renovieren können als alle anderen da draußen? Wenn das für Sie interessant ist, dann buchen Sie einfach jetzt hier Ihr erstes Gespräch oder füllen Sie das Formular auf unserer Website aus. Ich freue mich, Sie mit meinem Team kennenzulernen. Bis dahin, Ihr Sven Schöpker.